Liebesturteln auf Corfu Der SDS-Star Pietro Lombardi und seine Laura Maria genießen sichtlich die Zeit auf Corfu und posten gegenseitige Liebesbekundungen auf den sozialen Medien. Die Tage stellen sie eine berühmte Filmszene aus Dirty Dancing nach und nun gibt Pietro den Regisseur und fordert von Laura Maria alles. Gemeinsam mit Söhnchen Leano verbringen die Turteltauben ihren Urlaub auf der griechischen Insel. Doch Pietro muss wohl etwas mehr auf den Sonnenschutz achten. Ich liebe seine rot gebrannten Arme und diesen gleichmäßigen Tag. Ob auch Söhnchen Alessio nachkommt, ist unklar. Der war gerade erst mit Mama Sarah und Ersatzpapa Julian auf Mallorca.